Herzlich Willkommen zu einem neuen Tutorial Video, heute hier mit mir Achim Arz bei Ratgeber Geld AT zu einer meiner absoluten Lieblingsstrategie. Wir nennen ihn Simple, die sogenannte 9-15er Strategie. Bevor ich da auf ein paar Details eingehen möchte, kurz vorab auch schon mal etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Jede Trading Strategie hat ihre gewissen Nuancen und etwas, was sehr, sehr viele da draußen immer wieder absolut missinterpretieren, ist die Tatsache, dass eine gewisse Trading Strategie in allen Börsenlagen immer wieder sehr, sehr gut funktioniert. Auch bei dieser Trading Strategie haben wir einen ganz, ganz klaren Auftrag. Sie funktioniert nur dann sehr, sehr gut, wenn wir Aktien haben, die extrem viel Momentum aufweisen. Es sind meistens Aktien, die sehr viel relative Stärke haben gegenüber dem Gesamtmarkt. Aktien, die wesentlich besser unterwegs sind als der Gesamtmarkt, wo wir also auch institutionelles Käuferverhalten sehen. Es sind meistens Unternehmen, die sehr hohe Wachstumsraten im Bereich von Umsätzen und Gewinnen haben. Das heißt etwas, wo sich eben die Großen bereits irgendwo festgeschossen haben und wo Algorithmen bereits ganz, ganz klar und sehr stark aktiv sind. Wie man solche Aktien findet, ist wieder ein ganz anderer Themenbereich, aber das einmal zum einen. Zum anderen ist natürlich auch die Gesamtlage des Marktes auch immer wieder sehr, sehr wichtig. Bei uns Tradern geht es nicht darum, wie es sehr, sehr viele Proform-Analysten immer wieder versuchen zu kalkulieren, wohin geht der Markt in den nächsten zwei, drei Monaten oder wo stehen wir am Jahresende mit dem S&P 500 Index oder mit dem DAX und Co. Das sind alles Sachen, die sind absolut uninteressant. Für uns als Trader ist immer wieder sehr wichtig, wo sind die wichtigen Turning Points? Gibt der Markt gerade Gas? Gibt der Markt nicht Gas? Müssen wir aufpassen? Haben wir viel Momentum an einem bestimmten Tag oder haben wir kein bestimmtes Momentum? Und dieses Zusammenspiel zwischen Momentum und auch sehr starken Momentum-Aktien möchte ich euch heute anhand von zwei Beispielen sehr, sehr schön zeigen. Als erstes blicken wir einmal hier auf den Chart von First Solar. Wir haben die Aktie jetzt in den letzten beiden Handelswochen auf Ratgebergeld.at, das ist die Trader-Community mit insgesamt derzeit über 400 Tradern, Congrats, wir haben es wirklich geschafft, sind mittlerweile bereits 400 an der Zahl, immer tagtäglich ihre Trading-Ideen austauschen. Ich bin da selber immer wieder on air, jeden Tag gebe meine Trading-Ideen zum Besten. Und da haben wir jetzt First Solar in den letzten zwei Handelswochen dreimal getradet. Ich möchte auch einmal ganz kurz zeigen, warum, weshalb, weswegen. Erster Trade von First Solar, den wir gehabt haben, war hier Anfang Januar, als wir also hier aus dieser Mini-Konsolidierung nach oben ausgebrochen sind. Das ist typischerweise im Daily Chart nicht unbedingt so mein ganz großer Favorite, aber wir gehen da zurück zu diesem Tag, wo wir dann ausgebrochen sind. Wir hatten ein sehr, sehr schönes Intraday-Setup. Nachdem wir aber dann sechs, sieben Tage im Plus waren, wir haben ja so gewisse Strategien, wie wir dann unsere Gewinne mitnehmen etc., habe ich hier bei knapp 182 den Rest meiner Gewinne da mitgenommen. Nächste interessante Trade, den wir dann getradet haben, war dann hier, als wir diesen Pullback gehabt haben zu 173er Marke, sind dann kurzfristig long gegangen, mit einem Stopp dann unter 172, hatten also sehr wenig Risiko und sind dann hier, und das ist auch ein sehr schönes Beispiel dafür, wieder aus diesem Trade ausgestoppt worden, mit einem Minimalabschlag. Und die nächste Taktik war dann relativ klar, wir haben dann hier geschaut, beim 20-Tage-Durchschnitt, naja, wenn der Markt gut ist, wiederum Markt und Aktienmärkte müssen zusammenspielen, wenn der Markt gut ist, wir hier ein bisschen Momentum sehen und von 20-Tage-Durchschnitt beginnen, nach oben zu gehen, dann gehen wir wieder rein. Und das war genau eben auch hier gestern der Fall, wo wir dann hier in die Aktie bei knapp 166, 167 rein sind und jetzt nach einem Tag schon wieder mit mehr als 5% im Gewinn sind, nachdem wir sie hier in diesen Trade schon vormals hier von hier unten nach hier oben sehr, sehr nette knapp 20% abgeräumt haben. So, so weit, so gut. Wir gehen dann natürlich auch hier noch ganz kurz auf die Intraday-Charts rein und da erkläre ich euch ganz kurz meine Strategie. Aber das wohl Wichtigste war hier am 6. Januar, Rückenwind des Marktes. Wir hatten also auch hier am 6. Januar sehr, sehr schön zu sehen. Wir hatten Momentum im Markt. Wir haben zum ersten Mal diese Konsolidierung nach oben durchbrochen. Der Markt ist sehr schön nach oben ausgebrochen, S&P 500 Index. Wir hatten einen typischen Accumulation Day, das heißt viel Volumen, überdurchschnittlich starkes Volumen in Richtung Norden. Darum hat auch dieser Trade sehr gut funktioniert. Dann hatten wir einen Pullback zum 20- und 50-Tage-Durchschnitt. Für uns dann war sehr, sehr wichtig, dass also hier der Wendepunkt der Märkte kommt und wir wussten natürlich auch da nicht, wird der Markt jetzt komplett wieder nach unten gehen oder nicht. Aber für mich war klar, gehen wir über das Hoch von dieser Kerze, kriegen wir wieder Momentum. Gehen wir unter das Tief von dieser Kerze, kriegen wir kein Momentum. Wie gesagt, es geht bei uns Trader nicht darum zu wissen, wo der Markt steht in einer Woche, sondern ganz genau zu kalkulieren, wann gehen wir Long in den Markt und wann gehen wir Short in den Markt. In diesem Fall war es dann Ende der vorigen Woche völlig klar hier bei diesen gelben Kreuzchen. Wir kriegen wieder Momentum, jetzt wird es interessant, jetzt können wir wieder Longs traden. Sehr, sehr wichtig. Auf der einen Seite nochmal als Wiederholung. Wir brauchen starke Aktien mit relativer Stärke, viel Momentum, sehr guten Wachstumszahlen und wir brauchen das Momentum des Marktes. Und nur dann, nur dann funktioniert diese Strategie, die ich euch jetzt zeige, auch wirklich sehr gut. Und wenn wir dieses Zusammenspiel eben nicht haben, geht die Trefferquote natürlich signifikant auch wiederum in Richtung Süden. So, jetzt die Besonderheit von dieser Trading-Strategie. Im 6. Januar sind wir Long gegangen, gehen wir also dann nochmal zurück hier zum 6. Januar und schauen uns hier dann einfach mal hier diesen Intraday-Chart an. Wir haben die erste große Kerze in Richtung Norden, dann ein, zwei Pullback-Kerzen. Und etwas, was ich natürlich persönlich gerne mache, wie gesagt, der Daily-Chart, da wussten wir, wir brechen nach oben aus, einfach abwarten. Das heißt, es geht nicht darum, immer als allererstes im Trade mit dabei zu sein, wenn eine Party startet, sondern wirklich abzuwarten. Okay, ist der DJ da? Sind die Gäste da? Ist die Party gut? Und wenn die Party gut ist, dann gehen wir erst rein. Wir müssen nicht der Erste auf der Party sein. Manche Breakout-Trader sind hier wahrscheinlich reingegangen. Super Entry, kein Thema, aber die Fehlerrate ist halt relativ groß. Ich habe mir dann den Trade gemütlich angesehen. Wir hatten dann hier diesen Pullback zum EMA 9 und unser First Entry in First Solar war hier oben. Knapp bei 151. Mit einem Stopp knapp unter der Marke von 150. Jetzt erinnert euch ein Entry mit einem Risiko von lediglich einem US-Dollar. Und dann schaut einfach genüsslich, was also hier aus diesem Trade geworden ist. Wir sind also raufgegangen hier in First Solar auf 182 und da habe ich nach sieben Tagen plus gesagt, okay, danke, wir gehen hier aus dieser Position wieder raus. Das waren dann insgesamt fast 30 Dollar, die wir uns hier abgeholt haben, mit einem ursprünglichen Risiko von einem Dollar. Das sind etwa so, wie wenn ihr sagt, okay, ich riskiere in einem Trade 100 Dollar und mache 3000 daraus. Absoluter Hammer. Gut, Second Entry war, wie gesagt, dieser Pullback Trade, der ist dann eben nicht aufgegangen. Und dann hatten wir eben jetzt beim Pullback zum 20-Tage-Durchschnitt ebenfalls wieder die Idee, wo wir gesagt haben, naja, wenn er 20-Tage-Durchschnitt hält, A, der Markt stark ist, B, die Aktie stark ist und wir gehen hier über 168, haben wir in die nächste Entry-Möglichkeit. Ich bin da gestern bereits etwas früher in den Trade hineingegangen, weil wir eben hier ganz klein diesen Mini-Widerstand nach oben durchbrochen haben. Das war mein First Entry mit einem Stopp hier unten bei 166. Aber auch hier seht ihr diese 9-15er-Strategie, wie perfekt die funktioniert. Wir sind also hier gestern bei dieser 9-15er-Strategie, sind dann einige später in den Trade hineingegangen. Hier mit einem Stopp knapp unter dem Tief von dieser Signalkerze. Und das war wiederum ein Trade, wo wir nicht einmal ein Risiko gehabt haben von einem Dollar. Und schnurstracks am Ende des Tages waren es dann 7 bis 8 Dollar plus. Wiederum CAV, absolut hammermäßig. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, wir wissen, dass es funktioniert. Ich habe voriges Jahr sehr, sehr viel, weil wir ja wenig Momentum im Markt gehabt haben, sehr viel mit den Indizes getradet. Und wir hatten da so bis Mitte des Jahres in den Queues, also in Nasdaq, die ich sehr gerne tradet, einen Profitfaktor von über 5. Bedeutet also, auf jeden Dollar, den ich riskiert habe, habe ich mehr als 5 Dollar Gewinn gemacht. Und am Ende des Jahres waren es dann circa 3,5 zu 1 Profitfaktor. Also sehr, sehr schön, wie wir das hier gehandhabt haben. Ein weiterer sehr schöner Trade, den wir jetzt gemacht haben zuletzt, war wiederum auch die Kombination von Marktstärke und Stärke in einer Aktie. AHR Test Systems, einer der absoluten Top-Werte für mich aus dem Bereich Semiconductor. Schaut euch einmal die Wachstumszahlen von dieser Aktie an. Absolut hammermäßig. Und die Aktie ist auf ein neues All-Time-High nach oben ausgebrochen. Was gibt da Schöneres? Das heißt, Stärke in der Aktie, Stärke bei den Fundamentaldaten. Nach dem Pullback, den wir sie hier gehabt haben, in Richtung dieser gebrochenen Widerstandslinie, wussten wir, okay, da ist Support, da ist Unterstützung. Und da, unter Anführungszeichen, könnte die Aktie drehen. Wir gehen nie rein, weil wir sagen, dieser Support muss halten oder wir sind so schlau, dass wir wissen, dieser Support hält. Nein, wir warten auf die anderen wiederum, dass sie die Party betreten. Wir warten auf den DJ, wir warten auf die Gäste, wir warten auf die Getränke. Und erst dann, wenn wir ein Kaufsignal im Daily Chart haben, dann kommen wir auch auf die Party und sagen, okay, wir wollen mitmachen. Und jetzt zeige ich euch hier dieses Kaufsignal. Das war genau vor zwei Tagen hier, am exakt 20. Januar. Auch hier seht ihr, die Party hat gestartet. Wir waren noch nicht mit dabei. Aktie geht nach oben, macht wiederum diesen Pullback zum EMA 9 hier, schießt er nach oben. Das war übrigens dann auch mein Kaufsignal, wo ich reingegangen bin mit einem Stop hier drunter. Hat ein ursprüngliches Risiko in AEHR von einem halben Dollar. Und ihr seht, was aus diesem Trade geworden ist, jetzt innerhalb von zwei Tagen. Ich bin noch immer mit der Hälfte meiner Position drinnen. Es war insgesamt ein Gewinn von 5,5 Dollar, den wir geholt haben, bei einem ursprünglichen Risiko von einem halben Dollar. Also auch hier reden wir von einem CRV, von einem Chance-Risiko-Verhältnis von mehr als 10 zu 1. Und ich habe noch immer die Chance, mehr aus diesen Trades zu machen. Eine unglaublich gute Möglichkeit, wie man also Intraday auf einfachste Weise mit super kleinen Risiken in den Trades reinkommen kann, die viel Momentum haben, wenn der Markt Momentum hat, vorausgesetzt, das habe ich schon zuvor erklärt. Und dann kann man hier wunderschöne Swing-Trades rausholen. Wenn du mehr zu dieser Strategie wissen willst oder wie wir diese traden und welche Aktien wir EMA tagtäglich traden, melde dich einfach an in der Trader-Community ratgebergeld.at und sei einfach mit dabei. Wir sehen uns also vielleicht schon bald im Chat von ratgebergeld.at